Hi, Veronika ist hier. In diesem Video komme ich auf einen Faktor zu sprechen, der nicht unerheblich ist, wenn du eine Ernährungsumstellung machst oder einfach deinen Lebensstil in einen aktiveren Lebensstil ändern möchtest. Vorher lege ich dir nochmal meinen magischen Bauchweckturbo ans Herz. Dort bekommst du sehr gute Tipps zur Ernährung und viele Rezepte. Hier unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Klick da drauf, trag dich ein und komm dann wieder hier zu mir zurück zum Video und schaust dir zu Ende an. Bei einer Ernährungsumstellung oder einer Umstellung in einen aktiveren Lebensstil ist es gar nicht so unerheblich, was das Umfeld zu einem sagt oder mit wem man sich umgibt. Am besten ist es, wenn du zusammen mit einer Freundin oder einem Freund wirklich diese Umstellung machst, die Ernährungsumstellung zu einer gesünderen Lebensweise und deine Workouts mit ihr immer zusammen machst. Denn da motiviert man sich immer gegenseitig und erinnert sich an die Workouts und an die gesunde Lebensweise, die man jetzt einschlägt. Und es ist viel einfacher, das umzusetzen. Natürlich ist es schwierig, meistens einen Freund oder eine Freundin zu finden, die genau das gleiche Programm macht wie du. Deshalb solltest du keinen finden, der genau das gleiche machen möchte wie du, dann weise einfach eine sehr nahestehende Person, Freund oder Freundin oder Partner wirklich ein in deine Veränderungen, die du jetzt durchleben möchtest, damit sie dich öfter oder zu einem festen Zeitpunkt immer daran erinnert, die Schokolade liegen zu lassen und die gesunden Nahrungsmittel zu essen. Denn meistens, wenn du dann dich zu einem Café mit einer sehr guten Freundin triffst und ihr meistens Kuchen zusammen esst und sie dann sagt, hier iss doch mal einen Kuchen und dich dann gefragt, warum du auf einmal keinen Kuchen mehr isst, ist es natürlich schwierig, das zu verstehen, wenn du einfach sagst, nee, ich esse den heute nicht und aber das gar nicht erläuterst. Deswegen weise deine Freunde, die dir sehr nah sind, darin ein, damit sie dich dabei wirklich unterstützen können. Denn glaub mir, das Umfeld macht einen sehr großen Faktor aus. Auch ich habe das bemerkt und es ist sehr viel einfacher, dann die Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat, wenn man auch sein Umfeld mit einbezieht. Also, geh zum Telefon am besten, rufe deine Freundin, deinen Freund an und informiere sie darüber und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.